Dann gucke ich mir jetzt mal wie gut diese Pike gegen Saber ist, aber der Saber hat doch, der hat nen Sattel. Boah Alter, die Pike macht ja den übelsten Schaden. Nix bist du? Oder? Hier ist ein Player. Ne, was, was, wo, wo? Mein Gamebüro hier unten ist direkt ein Player, wieder in den Büschen. Ok, ich seh nix. Da hinten kommt ein Saber, seid ihr das Leute? Das bin ich Saber bin ich, Saber bin ich. Saber mit Bola, ne? Ja, das bin ich. Aber irgendwo noch ein Player gewesen muss. Ich mach jetzt mal gerade hier oben diesen Saber weg, aber der scheint ganz gut auszuhalten. Die macht doch nicht so viel Schaden, die Armbrust. Ich mach mal mit dem, äh, der Sattel. Ich mach's mal mit dem Compound Bow, damit geht's. Drei Hits. Und der, jo, goldener Saber-Sattel. Haben wir irgendeinen Ladeteam? Hier ist der Player, hier ist der Player. Ja, bin drauf. Wo seid ihr? Pass auf, da kommen jetzt Turrets, ne? Ach, ihr seid schon wieder vorne. Hier ist hinter dir, ist hinter dir. Hier. Soll ich Rocket schießt auf deine Füße? Ja, ja, go. Jetzt ist er echt so'n Gewüsch. Wie sie sehen, sehen sie nix. Ich seh keinen Player. Hier ist er bei mir. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Wo? Wo? Da oben rennt er. Wo? Jetzt rennt er in die Baseline. Ja, ist in die Baseline gerannt. Hinter vor zwei Stück stehen da. Ah, jo, ich seh's. Drei Leute, drei Leute sind das. Ey, ist das Robert hier, oder? Geh ich mal von aus. Ja, würde ich mal sagen. Die stehen doch unter den Mauern. Ja, ich schnaff exakt, exakt. Ha! Nice. Das war Max. Ähm, geh jetzt von hinten aus. Ich snipe da. Ne, ich snipe nach vorne. Ja, aber dass das, ähm, das kann weg nach hinten gucken. Oh. Klackpospanzer kaputt. Guck mal bitte nach hinten, falls jemand kommen soll. Achso, ja. Links, links von der Mauern zwei Stück. Sehr keinen. Boah, ich bin Ulo. Irgendwas hat mich richtig hart getroffen. Ne, das war ein Sniperschuss. Komm, 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 auf mich. Da, ich seh einen. Ja, ich kann... Seht ja gar keinen gerade. Ja. Von der rechts in der Mauer. Ähm, ich würd ganz gern mal irgendwo Loot reinpacken. Welcher Rex kann mehr tragen? Ich hab 2k. Okay, dann packe ich den Rex mal ein bisschen voll, ja? Eine links hat keine Brustplatte mehr. Äh, wenn du Muni brauchst, Whatsapp. Äh, nicht Whatsapp, ähm, Beast. Da sind ganz viel... Muni hab ich genug. Bist du nackt? Nackt bin nein. Habt ihr eure Schlafsäcke geplaced eigentlich? Ja, war aber weiter im Fall. Ich versuch mal was. Das kann nur gut gehen. Das kann nur gut gehen. Eines sauschnelle. Es ist da von euch ein Shadowstick dabei. Ich bin jetzt ja so scheiße. Holy crap! Das tat weh. Ne, leider schon. Die sind leider schon aus. Also ich hab glaub ich nur noch eins oder so. stop einfach stop einfach kann ich eben wenigstens aus dem stand schießen ich habe mich so beschissen hingelegt was what happened nein fritz hat mein känguru getötet ja das war richtig weit hinter uns daran da war ein save aber das war seit ihr ist er hat sich ein ganzer oder wird sie kommt zu euch hochgerannt wird sie ist schon an euch vorbei wahrscheinlich in dem busch da ja von mir von mir okay ich bin noch ein stück weit hinter euch in welchem busch irgendwo ich weiß nicht ob das schon weiter gelaufen ist das kann ich nicht sagen wenn wir 20 der ist ja wo und eines bikes ist er da ich hab's knallen gesehen ist der da nackt ja ne der springt runter oder weiß nicht kein fallschirm oder so aber da unten ist ja wasser ist ja egal hinter euch hinter euch habe ihn getroffen er springt runter ist unten sitzt im wasser scheiß jetzt ist es wieder voll dunkel weil das schädelste hinter euch hinter k k hinter dir ist das bleibt doch dann ist ja einer raus aus der base gerade gekommen wo da oben du mir deine calls ja wo ich mit dem rex her laufe die rampe hoch da ok wieder raus ich bin im wasser war ich werde ich bin im wasser aber ich werde verfolgt hier ich muss mal gerade weg laufen irgendwas will der von mir mit seiner grappling hook hast du noch verpickerte sniper kommen 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 ja ich habe genug ich bin runter ich bin runter ich bin runter ich bin runter und einer ist hinter ihm her gesprungen ich bin im wasser ich schwimme schwimme weg aber ich habe glücklicherweise erflossen dabei richtung dingens ich sehe ein rex seid ihr das unter wasser ja ich schwimme auf euch zu aber mich ich verfolgt keiner was brauchst du sniper oder muni ich bin bei euch hier ich schwimme schon mal direkt an land ne ich hab ich hab ich hab der hat wahrscheinlich keine flossen gehabt ich sehe nicht mehr gehen langsam die sniper kaputt ich hab noch was im rex ich frag mich was hier so schwer ist gerade ich hab fast 1000 überstehen wo ist die sniper ich find rocket launcher dabei was ist das los sniper raus da ist ne sniper drin ich lasse mal rein ich lauf grad zum strahnen ja jetzt warte ich häng mich mal an dich dran ja lauf mal ich muss absteigen ich muss snipen wo ist er Ja, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Den kennen wir einfach. Jo. Hat einen Hit. Wo ist er hin? Da hat kein Helm, weil da hat kein Helm. Hinter euch, hinter euch. Er rennt da direkt vorm. Alter, der ist so schnell. Der ist hinter, der ist hinter euch, hinter euch die ganze Zeit. Er hat meine Flagge gemacht. Ich mach ihn jetzt weg. Ah nein, Leute, er lebt noch. Jetzt habt ihr dann, ja. Tobi. Warte, gutet ihr, er looted? Ich loote, ich loote, ich loote, ich loote. Ich komm, Terra-Birds. Wie gesagt, die kaputten Rüstungen lassen wir hier, ne? Ja. Über einen neuen Sniper und... Außer, außer bester Rüstung. Tief kaputt kannst du da. Komm her, WhatsApp, ich lade dich ein. Max hat hier Sachen gedroppt, hier oben. Was für Sachen? Ja, kaputte Rüstung hat Max gedroppt. Äh, eigentlich brauche ich gar nichts einzuladen, ja, doch ein bisschen Rüstung hier, die kannst du haben. Macht nicht einzufallen, ne? Irgendwann bin ich... Ja, ja, klar. Aber ich will auch nicht alles in meinem Inventar liegen haben, weil ich ripp schneller ab, Du wolltest, der Rex. Wir haben einen Typ von denen angehettet. Da ist der Buller neben mir aufgeklatscht bei denen vor der Base. Bei denen vor der Base? Bist du schon wieder so weit vorne? Ja. Ah, da bist du. Hab ich gesehen. Irgendwo hab ich eben neben mir Grappling aufklatschen, irgendwann war das, glaub ich. Du hast noch einen Blick nach hinten, oder? Ja, ich mach grad, äh, das... Okay, hier, 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 Kay, 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 hier. Oh, jo. Ist sie. Hab ihn nicht getroffen. Ah, der hat Grippling Hook geschossen. Unter mir, hinter meinem Ausschüsse. Da unten in dem Bus, oder was? Da unten im Stein, ja. Vorsicht, Rakete! Vorsicht, Vorsicht! Seid ihr weiter hochgelaufen? Er grabt sich hoch. Jo, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich mach das, ich mach das. Jetzt grabt er sich wieder runter. Er ist beim Saber. Am Saber vorbei. Der rennt jetzt Richtung Wasser. Der hat keine Torsum mehr. Was hinterher? Ich bin hinterher. Nee, der hat sich hochgegrappt. Der hat sich hochgegrappt. Ich seh ihn nicht. Er hängt an. Aua. Wurde sie besnipet, oder was? Ich krieg auch Damage ohne Ende. Wahrscheinlich schießen die von oben. Ich glaub es sind Turrets. Nein, das ist ein Player. Das ist ein Player. Okay. Fuck. Einen hab ich grad fast erwischt. Wenn einer von denen ein Bad haben soll, dann ist der echt schlecht von dem. Ne, von denen sowieso nicht. Der ist wieder oben in der Base. Wieso konnte ich den nicht treffen? Ich treffe immer noch mein Saber. Treffe immer mich. Arme Saber. Aha. Da war was. Ich glaube der ist wieder drin. Ich muss nicht mal eben meine Pizza essen, aber... Nein? Nein, ich fahr runter. Egal. Kein wenigstens essen. Okay. Hier war gerade einer direkt vor mir. Mit ner Pistol. Echse nicht so'n... Wendekreis wär das easy. Bist du nach vorne, oder? Oh. Hier snipet was auf mich. Ja, vor dir steht einer. Guck mal vor dir. Er ist vorne links im Gebüsch. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Der hat ne Pistol. Er rennt weg, er rennt weg. Ah, schon wieder kein Steak drin, ey. Nein. Nein. Soll ich mal versuchen die Rampe von unten nach oben zu laufen. Vielleicht einen von denen von hinten abzufangen. Ja, schon lieber die Rampe durch, ne? Von links. Dann wieder. Oh, Raketenwerfer Dude kommt. Lol. Er denkt sich einfach, ich hab Movement Speed. Ich mach das. Ich denk mir gerade die ganze... Er ist nackt, er ist nackt. Und... RIP. Warte, ich stell mich im Rex davor. Warte, der ganze Luden. Ja, der ist ziemlich weit nach vorne gerutscht. Ja, hier. Komm her, komm her, komm her. Ich zieh ihn einfach. Komm weg. Ich hab ihn. Nein! Ah! Ja, ich wurde getroffen. Ja, die kommen nicht drauf. Mach's los, Mann. Okay, sonst rufe ich Polizei. Genau. Seid ihr weit vorne, oder seid ihr weiter hinten? Nebendier, nebendier. Hast du ihn gelootet? Ja, ich hab nur drauf gewissen. Ja, okay, du hast ihn. Der hat nichts mehr. Hast du mir Raketenwerfer? Ich muss mich kurz neu anziehen. Ja, es sind mehrere Leute hinter mir. Drei Stück. Achtung, Peace. Vor dir, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Mach mal was. Schieß mal Raketenwerfer oder so. Peace? Ja. Renn doch mal hin. Die stehen genau da. Du kannst dich voll abschießen mit Raketenwerfer. Jetzt hier rechts im Gewicht. Jetzt ist sie wieder zurück. Wenn ich in den Rocket Launcher rein renne, dann hab ich die Arschkarte und ich krieg die ab. Ich vertraue mir halt lieber der guten alten Mann. Ah man, ich treffe alle Leute die ganze Zeit, aber keiner kippt. Kommt wieder einer mit einem Raketenwerfer rausgerannt. Ja. Ich hab' meinen Rexnipen, was ob ich da irgendwie weit kommen darf. Weiß ich nicht, vielleicht kriegen sie den ja irgendwann tot. Wird das Wackern vom Saber auch minimiert, wenn ich Shadowstick drin hab? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Wie sie da rumlaufen, wie die Ameisen, ey. Ja, ja. Der ist nackt. Die ballern dann, ey. Das ist unpraktisch. Wir würden hier ganz gerne unseren, unseren, so ein riesen Bronto hinschicken. Mit der richtig dicken Rüstung. Und dann könnten wir das einfach, könnten wir das einfach leer tanken, ey. Das Gute ist ja, auf so einer riesigen Fläche können die nicht mit Compound Bow drauf schießen. Weil ich da einfach von hinten die ganze Zeit absichern kann. Mit dem Sniper. Mach' nen Hit. Meine Sniper sind auch schnell. Ja, meine Sniper sind auch ziemlich rip. Das Problem ist, wir werden die ja auch nicht gelootet bekommen, ne. Oh, einer kommt raus? Oder auch nicht. Kommt einer mit dem Raketenwerfer nach vorne gestürmt. Bis jetzt war Worst, dann bin ich nach Hause. Ich seh' ihn. Warum? Ich hab einiges an Stuff gelootet, aber Worstab hat er eben bekommen. Kommt ein Terrorbird, kriegt ne Rakete ins Gesicht. Oh. Boah, die hat voll gesessen. Ja, beim Spieler auch. Ist direkt wieder rein. Wir werden die ganze Zeit nicht safe. Da rennt es. Ja. Raketenwerfer Manneken ist auch wieder da. Ich will mal austesten, wie weit ich nach vorne komme. Nach hinten ist noch safe, oder? Ich guck zwischendurch immer hin. Die sind immer auf den Saver. Ist veretzend. Hm, man kann auf die Pillar schießen mit den Raketenwerfern. Da fangen die Turtles noch nicht ab. Ich mach den da jetzt mal so ein Pillar weg. Was schießt du? Auf den, äh, Stück weiter rechts. Wir kommen mit dem Rex. Äh, mein Saver wurde geplant. Geplantet. Die plant mache ich mal weg hier vorne. Ich hab nur noch eine Rakete, als ob. Nice. Oh lol nice. Wo hast du den erwischt? Irgendwo vorne zwischen der Pillar. Ziemlich mittig fast. Indirekt, gehen da direkt geil an. Ich glaube nicht. Ein Quilter, schon mal weg. Rudi, können wir uns verlassen, dass hinten noch safe ist? Nee, ich suche immer noch die Rampe. Links kommt Terror-Bad. Hier geht einer vor. Mal weg, Beast, geh mal weg von meiner Seite. Noll, das geht mit Darknet ab. Der Terror-Bad-Reiter-Hit. Yes. Ich hab die Rampe wieder gefunden. Oh, nice. Der Typ ist nackt weggelaufen. Da geht einer vor. Hab ihn. Tobi tot. Bis wohin kommen wir? Bis die Turrets schießen? Wir können die da... Alter! Rennst genau von meiner Fresse. Wir müssen jetzt hier und versuchen die Pillar kaputt zu machen. Ihr rennt immer von meinem Gesicht. Ich hab voll die Rakete in den Arsch bekommen. Dauermachen, ne? Okay. Oh, die haben den Kopf kaputt gemacht. Also ich könnte versuchen eine Yolo-Aktion zu machen und von hinten in die Base rein zu rennen. Könnte ich versuchen. Ich würde halt sonst mal versuchen ganz hinten an der Flussseite, an der Meeresseite hoch zu grabben. Und von da hinten in die Base rein zu gehen, wie es da aussieht. Aber lass mal erstmal nochmal nach Hause gehen und...